Das folgende Video wird präsentiert von miniaturicum.de Dies, meine Freunde, ist das vorläufige Finale unserer Road to Corespace. Nachdem Philipp und Marc in der letzten Folge ihr erstes Spiel hatten und zeigten, dass man Corespace auch als Run-and-Loot-Game zocken kann, dachten Ernie und ich uns heute, da muss mehr Action rein. Gespielt wurde von uns die erste Kampagnen-Mission. Allerdings nicht als Kampagne, sondern als normales Einzelspiel, weshalb unsere Figuren keine weiteren Upgrades erhielten, sondern in ihrem Standard-Loadout genutzt wurden. Das Missionsziel ist es, einen Datentrigger von einem der drei Zivilisten zu ergattern. Welcher Zivilist es ist, das wissen wir nicht. Aber haben wir denjenigen Zivilisten überredet, uns die Daten zu geben und hat er sie auch wirklich bei sich, dann gewinnt der Spieler, der die Daten in seine Luftschleuse, also seinen Startpunkt zurückbringt. Als Crew hatte jeder von uns nur zwei Trader zur Verfügung. Ernie entschied sich für seine Käpt'n Ariana und für das Alien Guck. Ich hingegen nahm meinen Käpt'n Weaver mit und die Figur, weshalb ich überhaupt diese Crew haben wollte, Mac, der nette Roboter von nebenan. Kleine Ergänzung zum letzten Spiel. Wir hatten einen Fehler gemacht, was das Überreden bzw. das Anwerben der Zivilisten anging. Diese kann man tatsächlich überreden, Teil der Crew zu werden, aber sie haben viel weniger Möglichkeiten als ein normales Crewmitglied und haben die Chance, jede Runde das Team wieder zu verlassen. Aber das, kann ich euch verraten, wird heute nicht passieren. Das Event in der ersten Runde hatte keinen Einfluss auf das Spiel, also konnten wir direkt zur Action kommen. Ich bewegte meinen Käpt'n Weaver direkt nach vorn und übersah total, dass wir direkte Sicht zwischen unseren Luftschleusen hatten. Super, dann bist du dran mit deinen ersten Haken. Ja, ich fang mit Ariane an, hochmotiviert mein allererstes Tabletop. Hast du schon Angst? Äh, Nervosität. Angst nicht, aber Nervosität, weil das wird ja ganz schön gruselig hier. Ernie kannte mich wohl zu schlecht und dachte, dass ich ganz, ganz nett bin. Ha! Daher machte es mir nach und lief mit seinen beiden Charakteren ebenfalls nach vorn, während mein Mac gleich in den unteren Raum abbog. Die Zivilisten waren dran. Der Zivilist in der Mitte lief zu seinen anderen beiden Kumpels unten in die Kantine, während diese sich dort einfach ein bisschen hin und her bewegten. Offenbar suchten sie noch ein gutes Plätzchen, um sich zu setzen. Ist wohl Currywurst-Tag. Ariane ging direkt auf Weaver zu, aber nicht um ihn zu attackieren, sondern um die große Kiste vor seiner Nase zu öffnen und ihm den Inhalt wegzuschnappen. Weaver fand das irgendwie total uncool und stellte sich direkt in Kontakt mit Ariane, aber auch mit der Kiste. Er öffnete diese Seelen ruhig und schaute, was Ariane ihm übrig gelassen hatte, denn, naja, man nimmt ja mit, was man kriegt. Mit seiner freien Aktion bewegt er sich einen Zoll weiter. Dadurch bewegt er sich aus dem Base-Kontakt mit Ariane raus, welche dadurch eine freie Angriffsaktion auf Weaver hätte ausführen können. Doch Ariane verzichtete darauf, denn Weaver hatte eine passive Fähigkeit, die ihm erlaubte, eben durch eine solche Attacke weniger Schaden einzustecken und auch gleichzeitig den Gegner mit seinen Wands zu Boden zu werfen. Dementsprechend trennten sie sich friedlich. Naja, man konnte es ja mal versuchen, nicht wahr? Gag aktivierte, ging nach rechts und durchsuchte den dortigen Raum. Damit ist der Raum dann auch durchsucht, wenn ich jetzt... Genau, und dann darfst du einmal ziehen. Einmal reingreifen. So, das ja. Ja, hier. Ja, das ist die, ich hab gewonnen, Karte. Das ist jetzt blöd für dich, ne? Ach, schade. Ja, schade. Ich hab ne Rüstung, ist das wohl, ne? Ich dachte, die wollten wir rausnehmen. Flag, Jack, Shiny. Mac öffnete die Kiste vor ihm und fand ein Gewehr, welches auf lange und mittlere Reichweite enorm stark war. Ha, Jackpot. Die Rüstung hingegen durfte er nicht nutzen, da er nur Maschinen-Upgrades nutzen durfte und das einfach keine Maschinen-Upgrade-Rüstung war. Aber der dritte Gegenstand? Huiuiuiui. Okay, ich hab die Gewonnen-Karte gezogen. Äh, irgendwie. Ich habe nämlich die Nachtsichtbrille. Ja. Die Sensor-Goggles. Das heißt, ich krieg eine freie Durchsuchen-Aktion. Mhm. Dann durchsuche ich den Raum hier. Und ziehe einmal ein Kärtchen. Und habe... Oh, eine Granate. Dann legen wir dieses Ding hier ab. Also eine Granate kann vielleicht gar nicht mehr so verkehrt sein. So, dann habe ich eine Aktion noch frei und damit bewegt sich Mac. Ja. Alter, da habe ich aber offenbar die epische Truhe geöffnet. Die Zivilisten waren an der Reihe und irgendwie hatten sie alle den Drang, nach unten zu laufen. So. Laufen alle vor uns weg. Ja, mein Plan wird gerade boykottiert. Laufen alle vor uns weg. Die dritte Runde begann ziemlich gut. Das Event ließ jeweils zwei zufällige Gegenstände in kurzer Reichweite zu jeweils einem unserer Charaktere erscheinen. Ich glaube wirklich, wir sind hier im Loothimmel gelandet. Ernie platzierte die Gegenstände rund um Ariana und ich um Mac. Jetzt wurde es aber interessant. Ich aktivierte als erstes Weaver. Dieser war genervt davon, dass sich alle Zivilisten nach unten verdrückten, weshalb er mit beiden Aktionen hinterherjoggte. Denn immerhin geht es ja nicht nur ums Looten, sondern halt auch darum, jemandem den Datenschip abzunehmen. So, Ariana hat die schnellen Schuhe an. Mhm. Ich habe ja... Entschuldige, wir sind immer wieder... Alles gut. Ich habe ja praktisch 10 und 1 frei und wäre dann ja bei ihr hier. Aber das hilft mir noch nichts, weil ich dann keine Aktion mehr habe, um mit ihr zu reden. Genau. Ariana hatte aufgrund ihrer Fähigkeiten nicht nur eine Standardbewegung von 4, sondern von 5 Zoll. Daher ist sie schneller als der Rest. Ich bin auf jeden Fall hier. So schön auf jeden Fall in der Mitte des Raumes, eines offenen Raumes zu allen Seiten. Das ist immer... So muss das doch sein. So spiele ich Call of Duty und bin fertig. Okay, darf ich einmal? Mac ist dran. Lange Reichweite, ne? Das ist eine lange Reichweite. Quizfrage. Was macht ein fieser Dennis, wenn er eine fette Waffe gefunden hat und ihm eine Ariana vor die Flinte läuft? Hm. Ich könnte das ganze Magazin auf dich lehren. Ich bin sowas von unbeeindruckt. Aber das ganze Magazin lehren bringt nichts, weil es gibt mir nur zwei Würfel dazu. Und ich habe, wenn ich jetzt auf lange Distanz auf dich feiere, drei Würfel. Ich glaube, das reicht mir erst mal. Also, ich gebe erst mal eine Munition aus. Dadurch wird es laut. Bam, bam, bam. Und die Purge starten nochmal. Ich nehme drei Würfel und feiere natürlich auf deine Anführerin. Ja! Drei Schadens. Trägst du deine Rüstung? Nein. Drei grüne weg, ne? Drei grüne weg. Gott. So etwas kann nur ein eiskalter Roboter vollbringen. Jeder Charakter startet mit sieben gelben Munitionspöppel. Für jeden Schuss muss ein Pöppel entfernt werden. Dabei ist es vollkommen egal, für welche Waffe. Das ist halt universelle Munition. Hat ein Charakter keine Munition mehr, kann er auch nicht mehr feuern. Dafür gibt es aber überall Munition zu finden, mit der man nachladen kann. Jeder erste Schuss, der pro Runde abgefeuert wird, gibt einen Pöppel auf die Bedrohungsleiste obendrauf. Normalerweise nimmt man den gelben Munitionspöppel, den man gerade verbraucht hat dafür, wir haben aber einfach einen schwarzen dafür verwendet. Okay, ich habe eine zweite Aktion und das fand ich gerade sehr erfolgreich. Er legt an Mac, weil er ist eine seelenlose Maschine, er sieht ziemlich niedlich aus und mit einem Lächeln, ohne sein Gesicht, feuert er einfach nochmal auf dich. Ja, wie mein alter Herr immer sagt, am Schluss werden die Toten gezählt. Drei Schaden? Das ist nicht so schön. Bin ich tot? Ja. Zumindest liegst du erstmal auf dem Fußboden. Gut. First Blood für Mac. Wir haben ja gesagt, dass wir dieses Mal auf Pazifismus sche... Ja, also, ihr wisst schon. Wenn ein Charakter zu Boden geht, ist er erst einmal bewusstlos. Er verliert alle Gegenstände, die er mit sich herumträgt. Andere Charaktere können diese dann nun aufheben. Allerdings können freundliche Modelle bewusstlose Charaktere wiederbeleben. Dazu müssen sie aber zuerst im Base-Kontakt mit ihnen. Gag war verwirrt, obte Entscheidungen und öffnete als Übersprungshandlung erst einmal die Kiste vor ihm. Dort fand er 2000 Credits, die nachher nur zwei Siegpunkte wert waren, und ein ordentliches Gewehr, welches er anlegte, genauso wie die Rüstung, die er fand. Denn ein wenig Schutz erscheint doch relativ wichtig zu sein. Zeit für die Purge. Da wir jetzt im Guarded-Modus waren, wurde gewürfelt, ob Purge kommen. Und es erschien ein Harvester unten rechts. Die sah ran sofort in die Kantine und sah die Zivilisten dort. Diese schienen sich vor dem neuen Gast erschrocken zu haben und verkrochen sich. Irgendwie witzig, was der Zufall manchmal für Geschichten schreibt. Gut, Arianna macht jetzt einfach mal, ich entscheide, dass sie nichts macht. Eine gute Entscheidung. Ist ja, ne? Also, einfach. Und von daher geht Gag. Wofür steht Gag? Äh, ganz armer Kollege im Moment. Ich brauch als Eimer den. Das ist natürlich. So, ich kann also sowieso nur fünf gehen, ne? Vier. Vier plus die freie. Achso, ja. Das kannst du noch mal. Genau. Und damit? Dann kannst du noch mal vier gehen, wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Musst du nicht? Kannst du. Ja, sicher. Oder kannst du mich das schon sehen? Könntest du auf mich feuern, wenn du willst. Du bist so mindestens... Weißt du was, das mach ich jetzt einfach. Ich mach es einfach. Ach ja, Rache ist Blutwurst. Gag feuerte auf meinen Käpt'n, der aber in Deckung stand und dadurch einen Schaden automatisch abwehren konnte. Okay, dann zieh schon mal die warmen Wollsocken an. Zwei Treffer, weil ich in Deckung bin, zieh ich einen ab. Mhm. Dann zieh ich einen Treffer. Warte, noch vier. Gut. Dicke Mops. Weaver, Weaver nimmt das. Ja, Weaver. Weaver rannte aus dem Schussfeld hinaus, hin zu den im gleichen Raum befindlichen Zivilisten und versuchte, diesen zu überzeugen, ihm den Data-Chip zu übergeben. Da Weaver ein sehr überzeugender Dude ist, hatte er auch gleich vier Würfel, die er werfen konnte und musste drei oder mehr Erfolge erzielen. Drei Treffer muss ich würfeln. Okay, gucken wir mal. Jawoll. So, jetzt haben wir ihn überredet, dass er überhaupt mit mir denkt, hey, hast du Zeug? Hast du das Ding? Ja klar, hast du es wirklich? Okay, er hat es leider nicht. Ach, schade. Ich habe es dir so gegönnt, ne? Echt, also. Mack starkstes schnellen Schrittes direkt nach unten und trat in die Kantine ein, in welcher sich die anderen beiden Zivilisten aufhielten. Danach startete die Purge-Phase. Ein Harvester traf oben rechts ein und rannte Richtung Guck. Der Harvester, der schon in der Kantine war, näherte sich jetzt bedrohlich den Zivilisten. Und diese liefen fröhlich wie aufgeschreckte Hühner hin und her. Die Event-Phase zeigte, dass das Spiel Ernie hasste. Denn in dem von ihm durchsuchten Raum erschien plötzlich ein Harvester, direkt hinter Gucks Rücken. Weaver war das alles gar nicht so geheuer und er rannte nach unten in die Kantine, um mit Mack zusammen die beiden Zivilisten einzukeh-, also um sie bald zu überreden. Guck lief ebenfalls nach unten. Merkst, erste Aktion, das messe ich immer nicht ab, er geht hier hin. Merkst, zweite Aktion ist, ich überrede dich mit einem Skill von 1. Kann Schock das überhaupt bei dem, das ist der Zivilist, das ist der Butler. Leider nicht, der hat ihn nicht überredet. Ich verstehe nicht, warum er nicht BNR spricht. Tja. In der Purge-Phase tauchte noch ein Harvester auf. Langsam wurde es echt voll auf den Tisch. Dieses Mal links in der Mitte. Außerdem tauchten gleich zwei Devastator unten rechts auf und das ist nicht gut, denn diese Jungs können schießen. Die beiden oberen Harvester rannten, wenn auch nicht allzu schnell, hinter Guck her. Der neue Harvester links versperrte Mack den Rückweg, während der Harvester in der Kantine auf Weaver und die Zivilisten zurannte. Die Devastator betraten die Kantine und hatten Sichtlinie. Auf Weaver. Verdammt. Ja, dann würde ich sagen, feuern Sie auf meinen Typen hier, weil der am nächsten dran ist, ne? Ja. Hoffe ich jetzt natürlich. Nur das Beste für dich. Ja, natürlich. Ja, drei. Oh, warte, 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 warte. Da muss ich, äh, da muss ich Skill einsetzen. Das ist, äh, ein bisschen sehr heftig. Okay, ich muss zwei Skills ausgeben. Mhm. Dann kann ich nämlich Walk-It-Off machen. Das ist eine Reaktion. Da kann ich den Schaden um zwei reduzieren. Das heißt, ich kriege nur einen Schaden. Mhm. So. Der zweite kann feiern. Oh. Das muss ich leider nochmal machen. Du würfelst zu gut. Tja. Die zwei Skills und dafür will ich auch noch einen dem Grund. Autschen. Gut. Das Event war dieses Mal mit uns. Jeder Trader durfte eine kostenfreie Bewegungsaktion ausführen. Mein Käpt'n nutzte dies, um mit einem der Zivilisten in Gesprächskontakt zu kommen. Und Gag kam in Kontakt mit der bewusstlosen Arianna. Als allererstes, ähm, aktiviert bei mir Weaver. Und der versucht, ihn zu überreden. Kannst du das nochmal, kannst du nochmal erklären, was das bedeutet? Das war jetzt nichts, oder? Er ist ein Überredungskünstler. Er redet sozusagen ins Leere. Er macht das nochmal. So, jetzt hat er ihn überredet. Jetzt gucken wir mal, ob er auch den Data-Port hat. Eins hat er wieder nicht. Ach, na toll. Das heißt aber, dass der letzte Zivilist automatisch den Data-Port hat. Gag nutzte das Medikit, um Arianna wiederzuheilen und ihr zwei Lebenspöppel zu geben. Und ich kann auf lange Distanz schießen und hätte gerne mal gewusst, ob... Das würde ja sogar auf Medium sogar noch wunderbar klappen. Ja, aber da siehst du mich jetzt nicht mehr. Also da, weiß ich nicht, ob du mich da siehst. Also ihn würdest du sehen, ja. Ja, damit da ein bisschen was passiert mal hier im Spiel, schieße ich einfach mit der Aktion auf ihn, weil rankomme ich sowieso nicht mehr. Ja, mach mal. Und? Ein. Ja, nehm ich. So, und dann kann ich noch ein bewegen, so, ne? Genau. So, damit wäre ich dann auch durch. Mac ging in den Türrahmen und erschoss den Harvester, der im Inbegriff war, ihm den Rückweg abzuschneiden. Arianna stand wieder auf und feuerte auf den Harvester in der Kantine vor ihr, verfehlte aber leider. In der Perch-Phase kam unten rechts ein weiterer Harvester. Die Devastator sahen durch ein Fenster im Raum über ihn einen Zivilisten und machten kurzen Prozess mit ihnen. Und eben jener dieser Devastator feuerte mit seiner zweiten Aktion auf den Gurkenlucht-Zivilisten, der, naja, sind wir ehrlich, das Fleischschild für meinen Weaver spielte und devastatierte ihn in ein handliches Häufchen Asche. Und der kommt nicht an mich ran und sieht dich auch nicht. Das heißt, er würde sich zuerst bewegen. Vier. Und dann würde er auf das nächste Ziel, oder? Philipp? Ja. Das wäre dann Arianna. Mhm. Dann würde er auf Arianna feuern und würde zwei Schaden machen. Sie macht sich wieder lang. Ja, und leider mussten wir nach dieser Runde tatsächlich abbrechen, da er nicht seinen Zug zurück in die Heimat bekommen musste. Schade, denn jetzt wurde es tatsächlich gerade erst spannend. Aber gut, dementsprechend einigten wir uns auf einen Sieg für die Perch und ein Unentschieden zwischen uns, da niemand bis zu diesem Zeitpunkt die Daten dem letzten Dude hatten abschwarzen können. Nun gut, aber ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen zeigen, dass man das Spiel auch nicht so pazifistisch spielen kann wie Marc und Philipp. Vor allem, weil das dann doch auch sehr viel mehr Spaß macht. Das soll es dann leider auch bisher gewesen sein. Dies ist vorerst unsere letzte Folge Road to Corespace gewesen. Ich hoffe, wir kommen in der Zukunft hier nochmal zurück. Aber ich hoffe auch, dass wir euch einen kleinen Eindruck in das Spiel liefern konnten und dass ihr zumindest etwas Spaß hattet. Gut, wir hatten den auf jeden Fall und uns gefiel das Spiel tatsächlich relativ gut, denn tatsächlich hatten Philipp und ich uns nochmal getroffen, um die Kampagne anzufangen zu zocken. Und da kann ich euch sagen, dass in unserem ersten Spiel uns die Perch fast überrannt hatten. Gut, was wir noch aufnahmen, war ein Resümee von uns, in welchem wir unsere Meinung zu den Spielkontaten. Dieses werde ich aber demnächst schneiden und nochmal separat auf dem YouTube-Kanal von DICE hochladen. Ich sage vielen lieben Dank an das Miniaturikum für die Unterstützung dieser Road to und vielen Dank an euch, die ihr so lange zugeschaut habt. Wenn es euch gefiel, würde es mich freuen, einen Daumen nach oben zu bekommen, ein Abo für den DICE-Kanal und natürlich würde ich mich auch über jede Weiterempfehlung des Kanals freuen. Danke! Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an.